So Freunde, eure Meinung ist gefragt und zwar Fernando Caro, der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, hat sich jetzt beim Kicker geäußert, den Florian Wirtz geben wir nicht unter 150 Millionen her. Jetzt stellt sich kurzerhand mal die Frage, was sollte diese Aussage bewirken? Weil was sind denn 150 Millionen für das größte deutsche Talent momentan auf dem Markt? Und zwar, der wird jetzt am 3. Mai, übrigens so wie ich, 21. Und mit 21 so komplett, so erfahren, Bayer Leverkusen zum deutschen Meister das erste Mal gemacht. Davor waren Spieler wie Ballack und viele andere, die es nicht geschafft haben. Und der Wirtz hat es gebogen. So gesehen, Freunde, ist für mich auf jeden Fall dieser Betrag und diese Aussage von Caro lächerlich. Und da frage ich mich, auf welcher Baumschule er studiert hat. Weil, ja, was sind das für Beträge? 150 Millionen, so ein Witzbetrag für so einen Weltklasse-Mann. Und auf jeden Fall seit Jahren, seit Jahren das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Meiner Meinung nach einfach ein ganz simpler Vergleich, den man hier ziehen kann, wo man sehen kann, dass dieser Betrag definitiv lächerlich ist. Neymar ist 2017 zu PSG gewechselt für 222 Millionen. Bedenkt man jetzt, dass jetzt diese Inflationsphase war, Corona hinher, ja. Und 2017, jetzt haben wir 2024, das sind sieben Jahre her und Neymar, der nichts gerissen hat, der einfach, ja, ein Party-Typ ist, ja. Aber halt, ja, kein Führungstyp und kein Spieler dieser Regie, der sich auf jeden Fall zu einem Big-Titel, ja, bringen kann, ja. Was man bei Florian Wirtz definitiv anders behaupten kann und wird. Das ist ein Gewinnertyp, das ist deutsche Schule, ja. Und meiner Meinung nach hat man damals schon mit dem Betrag extrem übertrieben, ja. PSG hat damals 222 Millionen bezahlt. Und meiner Meinung nach, sieben Jahre Differenz zwischen Neymar und Florian Wirtz sind Welten, ja. Und das wird sich dann auch in den Erfolgen zeigen. Und bedenkt man, dass die Inflationsrate so extrem krass zugeschlagen hat, ja. Ist er meiner Meinung nach, müsste ich jetzt schätzen, und da frage ich euch, ja. Müsste ich aktuell schätzen, Minimum, Minimum 444 Millionen wert, ja. Für mich, für mich ist das wirklich eine lächerliche Summe, die der Kado da in den Raum wirft. Meiner Meinung nach locker über 400 Millionen müsste man den Mann jetzt verkaufen. So gesehen, ja, ist das für 2024, 2025 die Summe, die ich als Geschäftsführer in den Raum schmeißen würde, ja. Ja, aber ich habe ja auch Ahnung, ja. Nicht wie der Geschäftsführer Caro. So gesehen interessiert mich das jetzt mal kurzerhand. Was sagt ihr? Wie viel ist Florian Wirtz wert, ja. Und was würdet ihr jetzt sagen, was wäre der realistische Preis, müsste man ihn jetzt verkaufen? Ja, die 150, die Caro sagt, über 200, über 300, oder sagt ihr, wenn man das alles jetzt hier berechnet und den Neymar-Vergleich zieht, ist ein Mann, der die Karriere noch vor sich hat und der gerade eigentlich noch im Aufbau ist, aber auf jeden Fall definitiv schon sehr, sehr weit und reif daherkommt, ja. Und Bayer schon, ja, als eigentlich Underdog, bedenkt man die Bundesliga, zum Titel führt mit 20 Jahren, ja. Und bedenkt man, er hatte noch eine Verletzung dazwischen, ja. Ist die Summe, die ich hier sage, mit 400 anpasst, ja. Passt die Summe dem an, was er bietet, was er noch leisten wird. Und in dem jungen Alter, in dem er vor allem jetzt ist, schreibt mir in die Kommentare, wie viel ist eurer Meinung nach Florian Wirtz wert. Das würde mich mal interessieren. Und ich bin weiter hier schön auf Einkaufstour, denn Maverick Berlin Junior hat demnächst Geburtstag, ne. Und er hat Papa schon mächtig hier zugeschlagen. Freunde, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ab in die Kommentare. Schickt es allen euren Arzt. Jeder soll hier ein Kommentar mit dem Wert von Florian Wirtz abgeben, damit ich dann einen Durchschnittswert ausrechnen kann, was ihr so für Transferwert für Florian Wirtz hier im Durchschnitt gepostet habt. In diesem Sinne, meine lieben Sportkameraden, mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV aus dem KDW. Peace Outer und Ratatatata macht die Geldzählmaschine. Ich sag mal jetzt ganz ehrlich noch. Was ist das? Ja, okay, okay. Okay. Ba Latinos. Okay.